Das Jenga, was wir spielen werden, wird ein bisschen spezieller sein. Wir werden einen Riesen-Jenga spielen. Damit wir das schaffen oder gewinnen, ist unsere Aufgabe, dass wir einen Turm bauen, der größer ist als Matthäu. Das ist doch nicht dein Ernst! Dementsprechend über 170 Zentimeter. Das sind 31 Züge, die wir schaffen müssen. 31? Äh, never. Das schaffen wir nicht. Wir rotieren durch. Das heißt, jeder macht einen Zug. Ich bin jetzt aufgeregt noch. Wir spielen ohne Berührtes geführt, sondern man kann immer mehrere ausprobieren, bis man nachher denkt, den man nehmen kann. Eine Sache, die uns retten kann, und zwar gibt es den Bayern-Joker bei Jenga. Der Bayern-Joker bedeutet, derjenige, der den ausführt, ich denke, wir nehmen da Niklas, der hält eine Maß. Und er hält diese Maß mit ausgestrecktem Arm. Und mit der anderen Hand darf er den Turm stabilisieren. Aber nur so lange, er die Maß mit ausgestrecktem Arm halten kann. Also, der Turm muss ... Also, du hast nur gesagt 30 Züge, ne? 31 Züge. 31. Genau. Den 31. Muss vollendet werden. Okay. So, und wie müssen wir die oben legen? Zickzack. Kleiner Tipp, wenn du den zweiten dazu legst, nicht hier hin, sondern am besten angreifen, dann haben wir immer die Probleme in der Mitte. Ja, ja. Okay. Ganz ruhig. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Der kann ja von free raus. So bin ich jetzt? Ja, ja, ja. Boah, der wackelt jetzt schon. Okay. Der wackelt jetzt schon. Ich nehme einfach den mittleren, ja? Woher denn erstmal? Warum? Warum? Weil ich wissen will, wie der sich anfühlt. Oh. Oh. Easy. Oh. Boah, die Goldwaren, ey. Die haben schon gewonnen, eigentlich. Okay, komm Leon, komm. Ja. Langsam rausziehen. Oh, mach, der wackelt. Und pass auf den Teppich auf mit dem, also wenn du weg gehst. Oh. Oh. Wisst ihr, vielleicht ist das richtig dumm, was wir tun. Ja. Weil wir könnten gleich keine Steine mehr nehmen. Richtig. Genau. Wir verbrauchen zu viele Steine auf diese Art und Weise. Ja. Warte mal. Können wir das mal durchrechnen? Ja. Leute, der wackelt, wenn ich den jetzt da rauf setze. Ja. Ich mach das jetzt. Mach langsam. Okay, das ist der siebte. Der siebte. Wir brauchen 30. 31. Ja. Alter, das ist wie so ein Wolkenkratzer im Sturm. Der immer so hin und her pendelt. Okay. Wir machen keinen berührt und geführt und alles mögliche. Bitte, bitte vorsichtig, Leon. Muss nur von alleine nachher stehen. Hä? Der fällt jetzt schon um. Der fällt. Jetzt beruhig dich doch mal. Ich bin komplett ruhig. Ja. Okay. Soll man da denn die Ruhe bewahren? Ich bin komplett ruhig. Mein Gott. Jungs, der wackelt. Ich krieg den da nicht raus. Musst. Auf die andere Seite. Ganz vorsichtig. Sonst lass stecken und nimm einen anderen. Ich lass ihn da jetzt nicht so stecken. Gott. Wieso hältst du denn nicht hin? Warum hältst du nicht hin? Was machst du denn? Ey, du bist ja... Wie klingt das so? Mach bitte langsam. Mach bitte langsam. Alter, du hast ja ein Feingefühl wie ein Mähdrescher. What the fuck, ey. Wie klingt das so? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, das ist over jetzt. Ich kann nix. Was soll ich machen? Oh mein Gott. Ey, er ist der Chirurg, ey. Okay. Ich kann den nicht drauf tun. Doch. Nein. Doch, mach Matteo. Er fällt wirklich, wenn er... Es fällt dann um. Das ist kein Joke. Es fällt um, wenn ich's drauf tue. Vielleicht die anderen beiden, die oben sind, noch ein bisschen weiter rausschieben. Also, wenn ich den jetzt drauf tue, ist vorbei. Das weiß ich. Ich hab das schon gemerkt, als ich's rausgezogen hab. Ja, vielleicht die umplatzieren. Joker. The Joker wird gesagt. Naja, jetzt doch noch nicht. Jetzt... Wenn wir jetzt den Joker... Wir schaffen nicht mehr. Ich kann das nicht so lange halten. Ja. Das Übel ist schwer. Der hilft uns nur 30 Sekunden. Den müssen wir am Ende. Der ist voll mit Wasser, ne? Ja. Der kippt, der fällt. Dann nimm doch mal weg. Der fällt nicht mit. Der fällt. 100% fällt der. Ich hab ihn mich grad gehalten. Dann schieb doch die beiden anderen noch ein bisschen weiter nach links. Also, wenn ich den drauf tue, dann fällt der. Weil hier, der fällt hier um. Ja. Das ist... 100% ist es so. Oh Gott. Alter, Matteo, ich glaub, wir müssen doch einen Joker ziehen. Wollen wir versuchen, mit dem Joker den Turm zu stabilisieren? Kannst den doch nicht zwölf Runden halten. Wenn wir schnell sind. Wenn wir schnell sind. Aber vielleicht doch. Solange du den hältst, bist du natürlich auch übersprungen im rausnehmen. Das ist klar, ne? Wie lange kann ich so einen halten? Matteo, mach den doch vielleicht wieder an die Stelle rein, wo grad das Problem ist. Und dann? Dann nimmst du einen anderen von irgendwo. Aber das ist jetzt grad zu riskant, oder? Ach guck mal, das ist doch super. Vielleicht nicht komplett rein. Vielleicht so lassen. Ich würd sagen, dafür musst du einen anderen machen. Ja, muss er. Aber, ey, habt ihr schon gesehen? Nur als ich ihn losgelassen hab, wollte der schon einfach umkippen. Ja. Also guck mal, das Problem ist, egal welchen Stein wir rausziehen, wir müssen den ja hier hinlegen. Ja. Und alles, was wir hier hinlegen, bringt ihn zum Umfallen. Ich glaub jetzt nicht mehr, oder? Jetzt hat er ja Halt auf dem Stein, den du grad wieder reingemacht hast. Und hier? Ich bin kein... Du bist Statiker. Du bist der Statiker. Ich vertraue dir da. Das Problem ist bekannt und unlösbar. Kann ich dazu nicht sagen. Ey, also ich... Ich feile einfach... Ich kippe einfach... Also... Aufsetzen wir, das ist das größte Problem. Wie schräg der ist. Ja. Ja, also guck mal, wenn ich hier draufsetze, haut ab. Ja, aber warum schiebst du die oberen nicht noch ein bisschen weiter raus? Okay. Sorry, dass ich so aufgeregt bin, aber... Okay, I try. Nur so ein bisschen, weißt du? Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau, genau. Der hat ja jetzt schon keinen Bock mehr. Er ist der Vetter rum. Ja, ja. Merkst du, wie der einfach... Soll ich halten? Soll ich... Bevor wir jetzt verlieren, kann ich versuchen, das Maß für 30 Minuten zu halten. Das schaffst du nicht. Ja. Wenn du richtig krass bist, schaffst du 10 Minuten oder so. Das reicht doch. Das ist ein Kilogramm, hast du die ganze Zeit mit ausgestreckten Armen... Etwa ein Kilo. Kilo. Vielleicht kann das schon ein Kilo sein. Ausgestreckte Arme ist echt schwer. Ist ja easy. Okay. Ja komm, lass das machen. Der haut ab, der haut ab. Ich halt jetzt. Mach, 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 mach. Okay, hol, hol, hol. Bayern-Joker. Hol. Okay. So, ich muss mal überlegen, welche Hand ich denn nehme. Alter, ist das schwer. Was? Ich werde den Stein jetzt ja hier hin tun müssen, ne? Und wo kippt er denn hin? Zur Wand eigentlich. Wahrscheinlich zur Wand. Dann stehe ich einfach hier. Ich werde jetzt gleich loslassen und dann hältst du den fest. Also sag, also jetzt los, oder was? Jetzt deinen Arm ausstrecken mit der Maß. Okay, ich komme direkt. Okay, 18. Wenn ich den loslasse, kippt er um. Ja, ich weiß. Der wäre auch umgekippt, wenn wir das nicht gemacht hätten jetzt. Leon, das war nicht so smart. Mach den mal gerade. Ja, ja. So. Nein, mach erst da. Okay. Mach mal ein bisschen schneller vielleicht. Halt, 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 halt. Moritz? Ich habe noch ungefähr eine Minute durch. Okay. Mach mit dich, genau. 25. 23. Äh, 24. Was noch? Was noch? Ja, ich habe. 2. Ja. Okay, wir langen noch im Schwerm. 25. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich gebe alles jetzt, ne? 26. 27. Gut. Okay. Hier vorne? Ja, gib mir mir zuerst. 28. 28. Er wird langsam wirklich sehr schwer. Ja. Ja. Schneller vielleicht. Ja. Schneller vielleicht. Du brauchst drei, du brauchst drei. Ja, ja. Ja, ja. Riskiest, komm. Mach ihn. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. 30. Der letzte. Welcher, 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 welcher? Der hier? Nimm einen, nimm irgendeinen. Ja, ja. Der geht nicht. Nein, der geht nicht, der geht nicht. Der, äh. Leute. Nimm irgendeinen. Der. Ja, zieh den. Der geht nicht. Oh Gott. Ey, ich kann nicht mehr. Wirklich. Los, Leon. Der letzte. Leon, ich kann nicht mehr. Ich... Irgendeinen jetzt. Der... Leon, bitte. Geht der? Ja, nimm den einfach. Nimm den bitte einfach. 1,30. Geschafft. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ja, war doch einfach, genau wie wir es vorher geplant haben, oder? War doch voll easy, oder nicht?